Oh, er hat sich bis jetzt noch das Link im Bug gemerkt. Ich bin ja mal begeistert. Na du, sieh her. Ich will sie ans Leder. Komm, mach dich weg. Kann sie auch übertreiben. Oh, ich höre schon wieder eine Spinne. Und ein Zombie. Na komm her. Vor allem ich bin hierher gekommen, wie ich ja Sand und jag euch schon wieder. Ich brauche doch Sand für meinen Koksofen. So, ich nehme zwar auch gern euch mit. Oh, eine Brigade. Oh, ich fress dich zum Skullstück. So, das war's dann hier. Na, sieh. Und ich habe meinen Gebimmel gehört, das heißt, ich darf heim. Aua. Hast du mich gerade geschlagen? Du auch? Du versuchst, mich sowieso zu treffen, aber das kannst du vergessen. So. Ab nach Hause. Es hat gebimmelt. Der Feierabendgong hat geschlagen. Wir können gehen. Also, dann können die noch nicht durch Bücher. Die gehen mir sogar noch daheim ans Bein beißen. Okay. Das entleeren wir mal hier. Das heißt, ich habe jetzt nochmal 24 Sand. 6, 7, 8 und 9. Äh, ja. Und, äh, wenn's geht, Kohle. Nein. Wir wollen hier nicht ausbüchsen. Wir wollen drinbleiben. So, dann kommt es. Zack, zack, zack. Dann kommen die Seiten. In der Mitte leer lassen. Und sobald dieses hier erscheint, wissen wir, es hat geklappt. Und schon kommt hier Kohle rein. Na du? Da schaut aber jemand durch die Tür. Okay. Das können wir noch etwas stehen lassen. So, dann gehen wir mal rein und schubsen das Scharreienchen wieder zurück. Okay, das heißt, unser Koksofen steht. Das ist schon mal gut. Dann kann ich das da aufräumen. So, den Ofen habe ich hier auch schon. Dann machen wir uns mal schnell unsere Backware. Das kommt dann da hinten rein. So, braucht man sonst noch was Ziegel? Dann mache ich das nämlich gleich. Aha, man kann einen Blumentopf machen. Backwall habe ich, habe ich, habe ich. Sandy Brick, aha. Einen Flower Pot, einen Boiler Fire Box. Aha. Verschiedenfarbige? Okay. Also, das heißt, wir machen dann aus den ganz normalen Ziegelsteine. Werden wir sowieso in unserem Industriegebiet tonnenweise brauchen das Zeug. Also, dann stellen wir es auch her, tonnenweise. Und, äh, wir räumen jetzt mal schnell weg. Okay. Dann Slimeys habe ich, glaube ich, noch keine. Das heißt, wir brauchen Sumpfgebiet. Doch, wir haben welche. Schön. Kann ich so, ja, das passt sogar. Also, einmal, dreimal davon und dreimal davon. Und wir haben einen Magma Cream. Okay, das heißt, wir haben noch keine Nädterziegel. Also, das heißt wirklich, wir gehen heute, wenn wir Farming gehen, in den Nädter. So, Kartoffel. Halt. Jetzt habe ich weisse Blümchen. Verrottetes Fleisch. Wieder ein Faden. Oh, habe ich schon so viele Fäden. Das ist ja Wahnsinn. Noch mal Knochen. Schwarzwald. Die Kohle schmeiße ich hier rein. So, und dann gehen wir mal hin und machen. Bei dem Bogen. Wenn ich jetzt auf Power drücken. So. Wenn ich jetzt auflösen würde, hätte ich 57 Level. Also, das heißt, wir müssen heute Farming gehen und zwar das, ähm, das gute Erz. Und ich mache mir mal schnell aus den vier Fäden hier eine Wolle. Und dann habe ich mal schnell aus den vier Fäden hier eine Wolle. Und dann habe ich mal schnell aus den vier Fäden hier eine Wolle. So. Tree Tap. Nein, der ist nicht nachgewachsen. Da ist auch kein zweiter mehr. Okay. So, und bevor ich jetzt die ganzen schönen Avocados und so weiter und so fort alle kaputt mache. Ich war eigentlich ein Sitzlinge nehmen. Dann nehmen wir mal einmal Pflaume. Einmal Birne. Äh, Spice Leaf glaube ich nicht, dass das funktioniert. Aber Nutmeg müsste funktionieren und Avocado müsste funktionieren. Dann legen wir den mal da hin. Und wir haben einen Birnen-Säpling. Wie ihr gewusst. Einen Avocado-Säpling. Einen Nutmeg-Säpling. Und einen Pflaumen-Säpling. Klasse. Und dann lassen wir den Rest nochmal stecken. So, dann haben wir hier nämlich die auch. Sherry Sapling habe ich auch. Das, was ich nicht habe, ist ein Apfelbaum. Auch nicht schlecht. So, dann habe ich hier nochmal vier. So, dann haben wir noch ein bisschen. Hätte ich gesagt, machen wir doch etwas mit Thumbcraft weiter. Haben wir schon lange nichts mehr gemacht. Und zwar, wir brauchen die andere Seite. Also, ja, was ist denn jetzt? Und zwar, wir brauchen jetzt diese drei Symbole. Und das müsste... Ich werde dafür das da brauchen. Sehr große Wahrscheinlichkeit. Und zwar Machina. Schauen wir mal, ob es da eine Theorie gibt. Es gibt eine. Das ist doch schön. Ein Saumometer. Ja, ha. Wer hat es denn gesagt? Dann brauchen wir Präsentatio. Präsentatio. Lasset mich raten. Ist... Nein, das ist Motus und Empertio. Okay. Rubber fällt dann diesmal aus. So, wo ist denn wieder Präsentatio? Präsentatio, Präsentatio. Ist das wieder unser Gradeboard? Dann brauchen wir unseren Rucksack. Mal schnell gucken. Präsentatio. Okay. Wir wollten dann gucken, dass es stimmt. Dass ich es nicht umsonst vergeute. So, dann haben wir Saumometer zu 60%. So, dann brauchen wir. Was brauchen wir? Das ist jetzt die große Frage. Wir haben... Moment. Das ist ein Saumometer. Ist das so leicht? Ja, es ist so leicht. Es ist Wissen. Und wir haben ein Saumometer. Was kann dieses Saumometer? Dieses Saumometer. Goldbahn und ein Water Shard. Kann uns zu einer Aura führen. Also, der Saumometer ist ein mystischer Kompass. Er zeigt auf die nächstgelegene magische Aura. Und vor allem, wir werden es brauchen, um andere Sachen herzustellen. So, dann haben wir schon mal das erste Erforscht. Das ging mal wieder Gott sei Dank schneller. Aber jetzt bin ich überfragt. Was könnte das anderes sein? Das eine ist ein Zaubertisch. Ein Zaubertisch. Ein Zaubertisch. Was kann ein Zaubertisch? Das ist ein Tisch. Also. Fragen wir mal gültig nach. Oh, wir haben fast beides geschafft. Ich brauche noch Lignum. Wo wird wohl Lignum drin sein? Das ist jetzt die große, spannende Frage. Haben wir hier Lignum drin? Oh. Wunder. Wieso ist hier Lignum drin? So, Setzling her. Davon habe ich sowieso Tonnenweiß. Ging viel zu schnell. So. Magical Building Blocks. Diese Magical Building Blocks. Ja. So, wir haben einmal Lignum. Fabrizio. So, dann brauchen wir... Ups. Dann brauchen wir auf jeden Fall... Ah, das ist nicht so. Da können wir noch auf den Kopf hauen. Müsst die Metallum auch mit drin sein. Und der Onkel hat recht. Oh, schön. Da ist auch noch Stein drin. Ha. Glück muss man haben. Dass man es richtig hier nimmt. Tja. Und Magie. Straitboard. Und wir haben Magical Building Blocks. Und mit den Magical Building Blocks... ...können wir... ...können wir... ...brauchen wir... ...vier Saumium. Und vier Steine. Äh, fünf Steine. Und dann können wir diesen großen Zauberrischmack. Da schreit jemand nach Trinken. Und diese müssen wir dann so anordnen. Und mit 25... ...wiss... ...verzaubern, dass ein Zaubertisch... ...ein großer rauskommt. Okay. Dann haben wir jetzt noch einen frei. So. Da probieren wir es mal, ob da Magie dabei ist. Ist jetzt Magie dabei? Oh, Wunder. Enchanted Fabric. Das ist doch klasse. Das ist nämlich das Zweite, was wir brauchen. Jawohl. Fabrizzo ist auch dabei. So. Enchanted Fabric. Was steht denn da drin? You have created a simple, but strong, Fabric from wool and spider silk. Okay. Wolle und spider silk. Okay. Dann fragen wir mal ganz... ...ganz nett nach. Ja. Gut, dass ich nett nachgefragt habe. Ja. Es war Leder dabei. So. Und dann schauen wir uns das auch mal an. Bei Kombination von, ähm, Spinnfäden und Wolle. Ah. Genau. Das ist, das ist das Vorprodukt, um verzauberte Kleidung herzustellen. Also das heißt, ähm, das ist so eine Art, ähm, verzauberte, äh, verzauberte Seite oder so was. So. Und wir haben jetzt Basic Artificing. Das heißt, wir haben diesen Bereich und diesen Bereich erforscht. Ob es da hinten noch, ähm, geheime jetzt Sachen gibt. Weiß ich nicht. Und mit diesem hier, können wir dann einen größeren Zauberstab herstellen. Und dann heißt es, ja, das ist jetzt Tier 1 und ab hier ist es schon Tier 2. Also das heißt, wir sind schon in der zweiten Stufe. Und vor allem, ja, ich weiß ja, was da reinkommt. Weil, um einen Zauberstab herzustellen, braucht man einmal einen Water Shard, einen Air Shard, einen Earth Shard und einen Fire Shard. Und den Zauberstab. Also das heißt, es ist bestimmt drin Wasser, es ist bestimmt drin Wind, es ist bestimmt drin Erde und es ist bestimmt drin Feuer. Dann, äh, was natürlich auch klar ist, ähm, es ist auch natürlich, ähm, Verzauberung drin. Und es ist auf jeden Fall, ähm, ja, wobei, bevor ich das jetzt lang erkläre. Zack, wir machen es ganz einfach mal so lang, wie wir es können. So, Pflasterstein. Okay, beim Pflasterstein ist schon mal nichts dabei. Saumatrix Rope. Oh. Haha. Das ist, ähm, eine andere. Das ist, ich glaube, das ist doch wieder ein geheimen Rezept. Da brauchen wir wieder Panus. Da haben wir sogar beide drin. Ha. Und, et voila, wir haben es geschafft. Und wir haben Saumatrix Rope. Also habe ich doch gewusst, dass es noch was gibt. Und, äh, das ist das erste Kleidungsstück. Wie gesagt, stellt man es so her. Das heißt, ähm, wenn man diese Klamotten anhat, kriegt man Prozente. Und zwar einmal mit der Rope, mit der Hose, mit den Schuhen und, ja, die Kopfbedingung ist die Brille. Okay, dann hätte ich gesagt, machen wir gleich nochmal weiter. Warten wir. Eine unbekannte Theorie. Eine unbekannte Theorie. Ach, echt? Immer noch eine unbekannte Theorie. Naja, ist doch schön. Dann nehmen wir mal die Steine. Nein, das kennt er nicht. Ähm. Ist da vielleicht kein Stein dabei, sondern Erde? Ja, jetzt ist Erde dabei. Was für ein Zufall. Oh. Ich vermute, ich habe gerade beide Theorien zweimal. Hatte die jetzt gegessen? Oder habe ich das noch gar nicht angefangen? Okay. Stimmt, ich habe noch gar nicht angefangen. Also, wir haben einmal Presentation. Wir haben einmal Erde. Solo. Und Fight Thomic Field Theory. Okay, also das heißt jetzt wirklich. Ähm. Erde. Feuer. Feuer ist natürlich wieder einfach. Die sind ja Kohle. Okay. So. Dann schauen wir mal. Und wir nehmen mal eine Scherde und wir gehen in den Garten. Das kann sich ja nichts sagen. Ich bin da ganz. Nee, nee. Da wir noch keine Hühnchenfarm haben, muss ich etwas im Garten. Ja, ich habe noch keinen Rasen mehr, also muss ich die Scherde nehmen. Ich hoffe, dass wir das Rezept nicht wieder geändert haben. Nein, haben sie nicht verhebt. Da ist nämlich Aura drauf, weil da fegt der Wind durch. Warum auch immer. Und das ist das Billigste. Wir haben hier Aura. Und es hat gereicht. Das ist auch alles weg. Okay. Jetzt fehlt uns noch Wasser. Das ist Aqua. Hm. Das Problem ist es, wo ist das Wasser drin? Also klar ist, es ist ein Wassereimer. Ich will aber nicht mal einen Wassereimer hergeben. Weil der frisst den. Da fällt mir was ein. Also der Water Shard ist zwar schön und gut, aber das ist mir definitiv zu teuer. Moment mal. Ah, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, es geht nicht. Ha, aber mir fällt wieder was ein. Wir haben doch dann auch was. Im Zucker ist Aqua. So, machen wir uns mal schnell ein paar. Dadurch, dass ihr am Strand steht. Jawoll. Super. Ab und zu lohnt es sich aus dem Fenster zu gucken. So, gleich wieder ein wenig was holt. So, also, wir haben Erde, Wasser, Luft, Feuer. Dann haben wir Magie. Dann, was brauchen wir noch? Äh, ja. Das ist jetzt die special große Frage. Ähm, natürlich halt. Ja, genau. Genau. Jetzt müsste unser Gummi zum ersten Mal zum Einsatz kommen. In der Verwandlung. Oder? Brauchen wir Motos? Korpus. Nein, also, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Korpus. Korpus. Nein, Fleisch brauchen wir auch nicht. Ja, das ist jetzt wieder ein wildes Rad. Wir brauchen noch drei Stück. So, alle Elemente. Also, wie gesagt, wir haben Aqua, wir haben Aura, wir haben Ignis, wir haben Präsentatium, wir haben Solum. Ähm. Permutatium, nein, wir brauchen nicht Permutatium, wir brauchen Mutatium. Jetzt müsste man nur noch wissen, wo ist Mutatium drauf. Und zwar. Ah, hahaha. Natürlich. Wisst ihr noch, wo ich das letzte Mal gesagt habe, warum das nicht den Mimostenstein abbaut? Mutatium. Na, schmeiß doch den Rücksack weg. Genau, das ist der Grund, warum das wir im Mimosten ein Pflasterstein brauchen. So, dann brauchen wir noch Cognito und Tempos. Äh, Cognito. Ja. Das ist natürlich sehr schwer. Da muss ich aufpassen, dass wir das irgendwo herkriegen. Oh, haben wir ja schon. Okay. Das Papier. Und Tempos. Zeit, Momente und Season. Tempos. Aha. Das ist meiner Meinung nach neu. Das kenne ich noch gar nicht. Äh, ja. Schön. Wo ist Tempos drauf? Also, ich vermute mal, Tempos ist auf einer Uhr. Äh, ja. Ich werde aber bestimmt keine Uhr bauen, ähm, damit ich die wieder, äh, verschwenden kann. Wo ist noch eine Uhr drauf? Dann gucken wir doch mal. Also, das ist definitiv eine Uhr. Wie ihr das sehen könnt. Tempos. Vier. Schön. Nee, danke. Oh. Okay. Das ist billiger. Wie gesagt, falls ihr nicht wisst, äh, einfach mal in die Rezepte gucken. Da steht es meistens drin. Ähm. Ich schätze mal, ich werde davon mindestens acht brauchen. Machen wir mal, äh, erst mal acht. Also, das heißt, dass wir vier hier rauskriegen. Okay. Das war dann, glaube ich, das da. Eins, zwei, drei, vier. Ja, und wir haben Tempos. Das ist jetzt die Frage. Na. Der ist schneller gefressen, als ich geguckt habe. Der auch. Hallo. Oh mein Gott. Wie viel Gold habe ich denn? Nein, ich mache es doch nicht. Tempos, das ist doch nicht schön. Hm. Dann hätte ich gesagt, machen wir, müssen wir nochmal drei machen. Aber das Lustige ist, so viele Steine habe ich nicht mal. Machen wir schnell zu unserem Ofen runter. Und den überzeugen, dass er mir immer schnell Steine brennt. Hm. Also, der lässt sich schon immer was einfallen, dass man, äh, meint, man steht im Wald. So, dann hätte ich gesagt, probiere ich das nochmal. Ich hoffe, dass es klappt. Weil sonst, ähm, ja. Weil es sind schon wieder eineinhalb Stunden rum. 1, 2, 3. 1, 2. Ja, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Super. Und wir haben Discovery, Unified Sonic Field Theory. So, was können wir mit dieser machen? Wie gesagt, mit einem Air, einem Fire, einem Earth und einem Water Shard und 16 Presentation können wir einen Wend of the Adapt machen. Dieser hat 50 Wiss. Und dieser Herr hat 250. Weil zum Beispiel, wenn man diese Zaubersteibe machen will. Oh, wir sind schon fast auf den Ballen. Bei den Gollums. Ähm, können wir, äh, brauchen wir, ich glaub, 100 Wiss oder 75 Wiss, um einen Zauberstab herzustellen. Und das kann der Kleine nicht, also brauchen wir den. Und das heißt, wir brauchen auch diesen Bottich. Aber das werden wir dann das nächste Mal machen. Und, ja, dann, ähm, hätte ich gesagt... Ist das gerade die Sonne aufgegangen? Oder hat es wirklich geklappt? Bin ich gerade begeistert? Ist gerade die Sonne aufgegangen? Hm, okay. Es geschehen noch Zeiten und Wunde. Die Nacht ist doch ganz schnell übersprungen. Naja, okay. Alles klar. Also, ich bin verblüfft und, äh, raus. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao! Ciao!